Hallo und herzlich willkommen in der Welt von Genetik-Healing. Es geht um familiäre Prägungen. Vielleicht kennen Sie das auch aus Ihrer eigenen Familie oder Sie kennen jemand, bei dem das wirkt, dass es in der Familie Spannungen gibt, Konflikte gibt, dass die Kinder nicht mehr mit den Eltern reden, dass die Eltern den Kontakt zu den Kindern abbrechen, dass Geschwister untereinander keinen Kontakt mehr haben, dass es dann spätestens, wenn es ums Erbe geht, Streitigkeiten gibt. Und das sind in der Regel epigenetische Prägungen. Also da gab es in früheren Zeiten, in früheren Generationen Ereignisse, die ungeklärt sind, die unerlöst sind. Vielleicht gab es Unrecht, dass einem Familienmitglied zugefügt wurde. Und dieses Unrecht bleibt nicht ungesühnt. Das bleibt als energetische Information in unseren Genen und wird weitergegeben. Und das kann sein, dass das ein, zwei, drei, vier Generationen später jemand aufgreift und dass es da wirkt. Also das heißt, dass man dann plötzlich keinen Kontakt mehr miteinander hat. Oder dass jemand, zum Beispiel Jugendliche, sagen, ich will von den Eltern nichts mehr wissen. Ich gehe weg und die sollen wegbleiben. Ich will keinen Kontakt mehr. Und dann kann man schauen, was ist da die Ursache? Was wirkt da in der Tiefe? Und das ist in der Regel nicht in dieser Generation entstanden, selbst wenn es einen Auslöser gab, dass es einen Konflikt gab, dass es einen tatsächlichen Konflikt gab. Aber in der Regel ist das nur eine Auslösesituation. Die Ursache liegt meiner Erfahrung nach ganz, ganz tief und viel weiter zurück. Ich arbeite also seit über 30 Jahren mit Menschen und kann sagen, dass sich solche Themen, die sich jetzt zeigen, in der Regel schon seit vielen Generationen zeigen und immer wieder wiederholen. Und wenn wir Frieden, in Frieden kommen wollen mit unserer Familie, mit unseren Kindern oder mit unseren Eltern oder sonstigen Verwandten, dann ist es manchmal notwendig, tiefer zu schauen und zu gucken, was wirkt in der Tiefe. Und über Genetik-Healing können wir dann oftmals die Ursache herausfinden und diese transformieren, dieses Ungleichgewicht in ein Gleichgewicht bringen und damit es im Jetzt anders weitergehen kann. Also damit wir mit unseren Kindern oder unsere Kinder mit uns wieder in Frieden kommen können. Und ich sage immer wieder, der Frieden in der eigenen Familie ist Voraussetzung für den Frieden in der Welt. Wenn wir die Welt retten wollen, dann retten wir uns erst mal selbst und gucken, dass wir mit uns in Frieden sind, dass wir mit unserer Familie, mit unseren Kindern, mit unseren Geschwistern, mit unseren Eltern und Großeltern, dass wir da ein gutes Einvernehmen haben, dass wir in Frieden kommen, damit wir diesen Frieden aus der kleinen Zelle, Familie ausstrahlen können in die Welt. Und da gibt es Möglichkeiten und wir unterstützen Sie gerne in diesem Bereich, damit auch Sie in Ihr bestes Leben aller Zeiten gehen können. Vielen Dank. Vielen Dank.